Er macht die Ansage, komm. Halt einfach deinen Maul. Ja gut, okay, was sollst du jetzt sagen? Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast du so wenig IQ-Zellen, dass du nicht mehr weißt, was du sagen willst vor zwei Sekunden? Träum mal weiter. Ist einfach nur schlecht in dem Spiel. Du fickst seine Mutter in der Mikrowelle? Ich fick deine Mutter auf der Mikrowelle, Digga. Auf der Mikrowelle? Auf der Mikrowelle, wie beschränkt bist du denn? Das geht doch gar nicht, ey.